Willkommen beim Angst- und Panik-Expertenrat, Ihrem 24-Stunden-Video-Ratgeberportal. Psychologische Beratung und Selbsthilfe bei Angst- und Panikstörungen. Hallo und guten Tag. Versagensängste kennt fast jeder. Kaum jemand ist dagegen gefeit. Schon Schulkinder nennen als Antwort auf die Frage, wovor sie am meisten Angst haben, die Angst vor dem Versagen. Warum haben wir Angst davor, einen Fehler zu machen und zu scheitern? Was ist so schlimm daran, durch eine Prüfung zu fallen, im Bett mal nicht seinen Mann zu stehen oder den beruflichen Anforderungen nicht immer zu genügen? Natürlich hat es Konsequenzen, kann es Nachteile haben, wenn wir scheitern, keine Frage. Sind diese Nachteile jedoch so unheilvoll, dass sie eine panische Angst rechtfertigen, eine Versagensangst, die in vielen Fällen erst recht dazu führt, dass wir versagen? Könnten wir nicht mit dem Misserfolg leben? Würden wir diesen nicht überleben? Wäre das unser Ende? Nein. Bis auf wenige Ausnahmen, in denen uns ein Fehltritt tatsächlich das Leben kosten kann, etwa im Gebirge, ist ein Scheitern im Alltag in der Regel nicht lebensgefährlich. Trotzdem fühlen und verhalten wir uns so. In unserer Vorstellung ist ein Misserfolg gleichbedeutend mit einem Todesurteil, mit der Vernichtung unserer Person. Woher kommt diese übersteigerte Angst nicht zu genügen und zu versagen? Und was können wir dagegen tun? Darüber möchte ich zu Ihnen in dieser Videoreihe sprechen. Schauen wir uns im nächsten Video an, welche Auswirkungen Versagensängste auf unser Leben haben können. Alles Gute! Leben Sie wohl! Leben Sie wohl! Untertitelung des ZDF, 2020